55 sich mit der klamotten an hat der heilige sachen und dann hat stiefel und feldhundiger ich habe ja will beweisen dass er also nicht auch mit er macht eine low-level run keine ahnung knurz mein nachts lockt genau mein gott dieses geräusch wenn ich die goldenen sein mikromancer wurde getötet die steine ja ich habe vergessen dass die explodieren stand er hat einen schwanger aufgemacht wir sind als viel größer ich denke da nur ein ja dann ist ja volles gesicht gegeben das war jetzt war ins gericht von der explosion eingefangen knorter der backverdammte ok ok 90 dann kann ich ja gleich mal jetzt renk hoch ich muss da ich bin mal geiles bekommen der fokus ist ja viel besser nur heilige stiefel hinweg mich so ich habe nichts besseres bekommen der fokus der sorgung und sehr viel besser nimm dennoch nimm dennoch habe ich ja vor mein lieber ja okay man ja immer nach java stadt irgendwie nehmen wir einen mann immer nach java stadt da ist auch irgendwie die quest glaube ich diese geode die war eingesammelt haben letztens ich weiß nicht wovon du willst sagen ich glaube da war jemand anders mit dem gespielt hat ich bin noch nicht stimmt da war der bog ist die cleveren namens mario master ja also jetzt bin ich mit banier wie eine spanische version von mir bonnie das war das war nicht spannend hat sich mir nach wilden westen angehört er hat ganze näher nicht doch vor ein trank hoch erwähnen mir den überragenden heiltrank erhalte mich um 1700 274 boom erste hilfe trophäe erhalten betrunkene apotheker sagen wir die erwärmenden betrunkener was benötigt der sorge passte kaufen diesen effekt habe ich doch oder habe ich doch nicht dritt abgeschlossen da ist sie abgeschlossen ja wir haben ja nur so ein ding gefunden ich habe da draußen gefunden kannst du damit anfangen ja okay hier eine spezielle säurepaste um an die edelsteine im inneren zu gelangen sprechen sie hat erst eine lieferung seltener reagenzien aus hause passte ihr könnt gerne unser werkzeug benutzen um die paste aufzufragen und eure edelsteine zu entnehmen so kann ich meine walnüsse öffnen dass ihr habt eine andere glaubensrichtung da bei euch ich bin ja alles offen es ist getan genau ich muss jetzt wieder zu dem vc da unten in das ist viel stärker ist und hat merkmal so hunderte also mich jetzt gefragt ja dein ding was du da bekommen was hier dann 114 besser selten hatte ich so eine größere zeit dann kriegt immer diese absurden zahlen der vater der kann nicht mal wir können ja auch versuchen unsere gegenstände zu verzaubern dann kommt wieder wenn ihr etwas braucht zaubern ja das ist den affix verändern also die ganzen affekte ja drin sind ja so plus so viel intelligenz und so viel intelligenz und so weiter kann verändern ja das ist irgendwie random das ist ein bisschen wurde auch ein bisschen kritisiert kann er ganz einen effekt wählen der wird dann noch mal neu gewürfelte erwart naja ich habe zwei einzigartige gegenstände da sind die einzigen gegenstände die ich hier voll hochgeballert hat hier so abgegratet habe eine sie der dornen rüstung die hat ja keine effekte deswegen kann ich die getrost das geht auch nur mit goldenen sachen ich glaube genau mit den wir gerade ein ich habe ja gerade ein eingepackt so als test ich weiß auch nicht ob ich irgendwas auf dauer hier benutze ich habe ja noch meine einzigartigen hochgeblatt mein einzigartiger ring der hat halt weil ich da hat relativ gute effekte drin also die sind echt gesagt fast perfekt für mich so soll ich ziemlich glück gehabt hier mit den den dinger die ja drin machen ich muss nehme ich an der dornpanzer der hat ja nächst also den kann ich auch hochballern wie blöd da ist andere weise ja noch nicht ob statt auf dauer hier behalte und dann noch ersetzt wird irgendwann nur so wenn man sieht aber man kommt die bank kann ja noch stärkere sachen bekommen dass er gerade verarbeitet das bekommen ein wenig schritten ja ich gehe mal zum schlüssel hier für stille drohen wie viel habe ich in beutel 0 0 immer 5 man kann ich mal was kann man denn hier noch so hoch holen jetzt immer so schwierig weil das ich habe stiefel oder ich war stand gegen gift gegen eine gefahren sturm also nicht haben wir der reue der brennenden mut ladung immer zwei anschwert nicht wenig magie habe gar nicht so viele punkte gehabt verdammt ich bin noch nicht bereit also ich habe ja meine obolus sehr super zu holen zum schlüssel und ich habe mir fünf schlüsse geholt für stille truhen okay irgendwann wollte ich noch machen was man nicht weit aspekte aspekte mein gott aus beckte wollte ich noch extra hier mal warum nicht okay also ich bin wieder bereit ich muss ja mal gucken wobei es nichts hingehen eher mit mit den altern ich glaube das kostet habe ich gar nicht die karte nur ein mal darf ich dann noch habe ich glaube ich noch auf drei steps trocken stäpe okay noch drei steps okay dann gucken wir mal wo wir haben wir auch das wäre die ganzen dinge hier so sieht die karte nackt aus okay den haben wir oder ja muss die zwei haben wir auch schon die drei haben wir die vier und die fünf haben wir die sechs haben wir die sieben haben wir nicht die sieben ist da nimm man da das war vielleicht mal die wegpunkt der an machen ok weiter nach der jagd von alter denn man der mann an diesen sehr schmalen farz datei so voll versteckt man krass die krone der scheu sage ok das war habe ich gesagt sieben zwei punkte sind immer zwei punkte aber ich erwarten jetzt sie mal hat die acht die acht ist da den weg gemacht den ich eingesammelt habe einen gefunden gehabt ich muss mir ich muss mir ja nicht zu notieren ich muss noch gucken ob wir die auf der karte haben oder nicht seid ihr dann beschwere ich nicht wenn ich deinen plan über den haus ich bin noch nicht nicht hier ist der war acht und die neuen haben die zähne schon wieder voll weit entfernt gott wo ist das gegner kann man nicht um die überschützt mich wo ist das hier ist das aber wohin ausgerechnet jetzt hätte ich trotzdem auch so irgendwo hier ich glaube da geschäglichkeit oah irgendwie in meinem empfehlung zum video gehabt er war das komische medizin mädchen da aus eine fantasy 16 leviathan weil die frage in dem video keine halle der weifen so lost es gibt irgendwie ein dlc von feinl fan sie 16 da geht's ich glaube da geht es sogar irgendwie um leviathan ich glaube man spielt deine fans warten irgendwann vielleicht einstags 14 15 wenn ich auch schon fast fertig glaube ich aus wie ein koala hat mädchen wissen koala anzug nein da kannst du jeden so werter fragen rassistisch ist aber die asiatin ist beim koala sind auch nicht maß pandas gedacht pandas sind die am wenigsten rassistischen wesen überhaupt die sind schwarz weiß und asiatisch sagen wir wie ein panda da gibt es im weg ich bin noch irgendwie verzweifelt ich muss machen strahlen also die strahlen alle nachdem ich gesehen haben ich bin offen angelassen nein da ist da wie kommt man da hinten ich bin noch städtchen gesehen ich muss warten hat er seit noten ja dann muss ich durch um nun zum legendären zu kommen ja wenn er auf dem weg ist nicht abstraben weil der eine gibt mir rüstung und ich weiß nicht was ich damit anfangen die physischen schaden ich brauche mir so angriffskraft hier also sagen zum neu aus so dass mich raten in diesen einen abgeschiedenen gebiet sind nie so wirklich offen auf der straße wie will er dann angebetet werden wenn ihre schreie so versteckt sind dann betet die doch niemand an wenn niemand die dinge findet die das wort wenn ihr den schreien ja ja ich weiß ja wo benutzen jetzt ein deutsches wort ja ich weiß wo benutzen hier wenn ihr den schreien anpasst an alle charakteren ich muss mal kein deutsches wort hier werden wir werden das deutsche ist lang dafür instanz oder nicht eigentlich reich oder so ja ja jeder so ein blödes worte ich bin nur wohl ein gelehrter der geschichte und religion die kathedrale haben sie wieder ab will die verderbnis sanctuarius heilen und ich helfe ihr dabei diese region stand die verderbnis auszumerzen ich möchte und wir reisen mit dem dann hier du an eine studie so schreibt er auch wenn er sich die zähne putz ich folge derzeit einem hin verlassenen platz in der nähe werdet ihr mich bei meinen forschenden begraubigen shoppen ich stehe mir einfach nur so vor die stehen und herum und schreien und warten bis wir unser bricht beendet haben ja ich bin noch nicht bereit ne aber irgendwo hier ein solange sein wo ich eine nähe meine güte ich bin noch nicht so will ich jetzt mal dahin oder dahin plus 100 rüstung plus 10 stärke okay noch mal in klein klein abstecher okay wenn wir die gefunden hätten bevor wir überhaupt der paragon freigeschaltet ist eine gute frage ja wenn wir uns gewundert warum hast du wieder einfach nur ein pferd neben der reite ich habe den reiter bei mir da sitzt da einer bei dir auf dem pferd drauf ich habe ja die quest von den typen da angenommen ich weiß nicht aber ist da einer sitzt da einer drauf auf dem pferd du hast du hast auch ein pferd bei dir ist einfach nur ein pferd bei mir sitzt da nämlich einer drauf ich habe das ganz verwechselt dass ich das gelesen habe ich habe gedacht das ist ein fertigkeitspunkt der neuen erfolg muss nicht mehr bastard passt das kennen wir ja schon dann was nicht jedes mal darauf reagieren leute was geht ich hatte jetzt wenn ich mich außerdem blitzverwandeln wenn ich den gegenreise ich brauche wieder ein elizier ich habe jetzt mal einen schluck trinken leute ich bin sehr hier sehr hydrate everybody's stay hydrated vor ging das zelt getreten okay Thank you ich muss warten und so bei den teilen der karte was ist das hier jetzt dann steppe nord und jetzt drei steps süden okay wo ist das pvp-gebiet das geht es da werden sterben du nicht irgendjemand jetzt alle da in den chat schreiben jetzt hat es schwer sein wenn ich am sterben da ist das richtig ich bin das ist das gleiche gebiet sogar nicht da ich glaube ich die richtige die richtige karte leute sie überhaupt gar nichts aus was hat hier hier war ich war einem falschen gebiet das war gegen die wand rennen ich wollte es dir zu lieber bis werden aber zwar etwas so pubert ja das stimmt euch nicht wieder erkannt der beste charakter in dem spiel ja ja das ist der bösewicht aus dem zweiten teil hätte man die geistenspräche darauf ich habe meinen dicken schultern gab es tot wenn wir in football spielen aber war im weltraum mit schnauze mit dem schnurrbart das ist ein alter das war 6 7 ist gleich da unten zum milch von der tour dafür fette stücke waren alle im weg er hat mich angegriffen schock gestochen ich bin wirklich beim angreifen und sterben einfach ich hoffe nur so an dem vorbei so entschuldige entschuldige mich aber dann 7 7 da ist er bereit für deine skills warum ist er wieder so blöde ok und die nummer acht haben wir darum ist auch noch eine quest warum nicht ist hier los event muss schon sagen was hier ist ein riesiger kreis in der schon verloren ich habe die gruppe weg und nein da ich bin noch nicht ja damit ja damit das ist neben mir schon gewundert wissen dieser wicke ein pass auf das ist ein wahnsinniger amulett vermacht es erwartet also besser mehr macht jedenfalls nicht so lange ich in der stadt seid ihr wohl auf meine ahnen reden nicht mehr mit mir endlich ist unsere zeit gekommen wieder zu den ständen zu stoßen ochsenstamm ein angemessener tribut ist nötig stahl vom gefallenen berg sie liegen bei solchen stahl du wirst dich in ochsenstamm unterwerfen da ist doch mein stamm oder beziehungsweise das ist mein stamm ich glaube ich so war ich uns mal gucken weiß nicht welchen stamm ich noch mal angehört ich glaube der ochsenstamm ochsenstamm world 78 da haben wir noch nicht die christ ist oder auf dem weg es fühlt sich alles zusammen der kreis schließt sich ich bin durch was er stadt aus dieser tipp gegner da ist man nix hier schon wieder weg oder sehe ich das nicht werde ich auf dem pferd schon weg unmöglich 100 prozent zu finden nein ich weiß es dauert nur verdammt lange und ich habe eine menge zeit ja die ganzen die charaktere die haben keine weiße eins das ist der einzige wofür ich für das spiel bezahlt habe ironischerweise dabei ist irgendwie so im angebot so warum nicht ich muss machen ja da ist er das sind eingesammelt fast bessere anschuhe fasst okay ich glaube der eine ich habe der nächste schreibe ist genau da wo wir für die question müssen ich muss machen ja 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 mann ja ja das ist ja doch der anderen seite ja das ist wo anderen wird egal dass die quest könnte auf anderen seite sein man am fluss so trauert dann schon ich habe die ganzen dinge ich habe die ganzen dinge abgestellt damit hat die karte einfach ist ja warum nicht aber schon dann noch mal nicht klage der ohr an einfach ganz einfach nach ich muss ich habe doch hier so eine praktische klage der ohr an die haben wir noch nicht durch meine flammen schon gestorben stimmt schon halb ich mein feuer dann beinahe probiert so richtig in mein face rein eine falle so richtig in mein face rein so richtig in mein face rein ja da ich bin noch nicht bereit mein gott ich brauche Zeit um das zu tun ich muss so wie eine andere Person da draußen na warte mal hier ey was geht boah ok komm komm dann mach das fein wir lassen jetzt ich wollte auch nicht einsehen ich hab da jetzt erzählt dass wir uns aufteilen jetzt also was fällig hier war jetzt ein buch ich bin noch nicht bereit ich noch nie auf diese ruine gestoßen sie scheint einfach so sein ich weiß noch nicht warum die urbahnen haben tief was heißt dieses gebiet aber toter baba ist ja bei mir ein solches gebäude könnte richtigen sie wollten toter baba ja vielleicht sogar so in der mission in einem kradi schwert hinterlassen aber sind da wegen der mission ja drin so normaler gegner und vermachte schwert hinterlassen da habe ich auch gerade eine hinterlassen da woher hier stirbt was ich nur wer von uns hat ereignis findet dann ist klar dann sind wir zurück bringen aber mir ist ja nichts irgendwie ich muss mal ich komme gleich zu dir ich bin ja so werde ich mir jetzt nichts läuft einfach nur im kreis wieder zurück oh nein den allen hebel habe ich umgelegt also ja wenn der richtige null nun mal wenn das nicht auf 1 kam ist er nein wir sind jetzt wahrscheinlich event dann der hat gefühl der herzlichkeit in der mann verwandelt ich hab dir geholfen jetzt ist es in diesem höllenloch hier weiter zu leben wo er eine schwelle aber nach oben aneinander rechts willst du hin weil ich alle rechts nicht genau ich muss sie mal rechts lang ich habe hier was gefunden kaputt machen aber ich war mir auch dem monische verwerbnis oder so ja wir müssen mal kaputt machen meint es kaputt meint es muss ich noch reichen ich bin doch nicht bereit weil es ist auch kaputt wir sind die trend der wg wieso hat jemand legendär ich habe selbstmörder getötet geht nur einen weg weiter da muss ich halt aufteilen wieder eine dinge ich glaube da wir treffen sich aufeinander mit dem weg gelang kaputt machen dann macht es kaputt war gerade in der nähe abgeschlossen so vermachte stiefel auch ganz knapp schwächer ja mit dem seltenen knoten plus 100 rüstung und plus zehn stärke also für geschicklichkeit für einige sachen ich bin noch nicht bereit gegner ja hier möchte ich gerne so war völlig ja ich kann nämlich nicht ich habe voller energie so wir müssen ja aus ja und sich bei mir steht ich soll zum zum marktplatz jetzt kann man nicht mehr aus zum einen die doch einfach nicht verlassen daniel bei mir nicht weil ich bei mir geht hat du kannst du deinen rat der dann schnell verlassen geben ich muss man also ja ich habe wie voll vom blackout gab für die steuerung an ginge ich habe jetzt ich habe jetzt getreten seine eigene dummheit ich verstehe das oder dann hatte vorhalt den ganzen weg ich tritt einfach so ein loch in der wand gehen dann daraus wo komme ich ja so muss jetzt der schreie müssen wir schreien sein wer hier ein ich muss warten verstehen ich will das schreie ist dann soll irgendwo hier in der nähe sein hier so unten irgendwo wo wir gerade waren hier mein gott macht ihn sieht ja gar nicht hier sind auch noch drei zwei einer ist da kriegen wir noch ein paar minuten ja wieso passend wenn der patient geschändeter boden ich bin nur wegen dem schreien ja leute aber wenn es um schennen geht bin ich natürlich dabei ich bin noch nicht bereit wo es gibt zu kann dafür ja die 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 das ist das ist das ist das ist das ist das ist ich bin noch nicht bereit ja level 90 ja das habe ich gesehen okay hier links ist der schwein der nächste ist auch in der nähe glaube ich würde ich gerade wo bist du gerade gesagt wo bin ich hier der karte aber ich bin eingefroren auf die mann geschahen ja auch schon wieder nur und dann noch einer 12 oder 13 welchen aber nicht wir haben die 12 haben war das die 13 haben wir nicht noch die reize noch mal auch okay habe ich irgendwann habe ich irgendwann übersehen 123 drei aber irgendwann habe ich übersehen anscheinend nein habe ich hier sehen wo ein zwei drei vier 6 7 8 9 10 11 12 13 da muss er beim anderen gebiet gewesen sein im norden eine sekunde ja du mein trink oder so hochlemmen ich weiß genau was ich mache okay mal drei steps ich meine hier ist eine question abgeben ich weiß nicht wo ich hier bin ich bin in die uralte waffe zu gerti 12 zwei fünf ich gucke jetzt mal welche uns sehr viel 6 7 8 9 10 11 12 12 haben wir nicht da irgendwo okay durchkommen da sollte eigentlich der sein immer verpasst haben da trinke auf 90 sequest abgegeben ich muss warten der kranich stamm schickt ein geschenk der kranich stamm schickt seine grüße sie untergeben sich den ochsen stamm so wie ich das verstanden bevor der berg gefallen ist kein geschenk kann wieder gut machen was der kranich stamm zerstört hat aber ich muss wissen wo älter das gefunden hat vielleicht frage ich sie wollen dann kann ich hier gegenüber ochsen ja anrichten hallo und dann lassen sie die fallen können einfach auf den rücken und pieken die ich gucke ich glaube das ding ist besser dieses amulett oder es noch was nur heilig ich war na und er war schwächer an er warte ich habe 685 ich habe gesagt mit damit da lässt sich noch einiges gebrauchen okay dann gehe ich schon mal zu den schreien nehmen wir vielleicht verpasst haben müsste der eigentlich sein aber ein ding wird auch alle habe ich wieder mit einem buch der aussehen seinen fähigkeiten vom totenbeschwörer ein buch der toten da sind also meine untoten buch der toten oder man sie meinen paragon den totenbeschwörer dinge dann steht jetzt hier untereinander drei art gelett krieger darunter steht skelett magier und darunter steht gut meins kann man ja während der aufnahme sehen wir mit dem waffen die ich auswählen muss und so ein ding davon auswählen welchen effekt ich davon haben will alle drei gar nicht bearbeiten die plänkler die verteidiger oder die schnitte er war gerade so nahe bestimmen bildschirm stand deswegen habe ich mich mal gefragt wie er überhaupt aussieht oder so wo bist du ja ich muss warten sammler von alter von den erf ist beinahe reicht aber haben wir schon die erste stufe alles klar noch nicht habe ich schon aber der planierung im bastard pass wird für eine mara schon ein bisschen was das was ja ich sehe es als mauer warum konnte schon wieder öffnen ich habe die organe ja die truhe ich habe die geöffnet die war sogar noch offen los muss ja nochmal geöffnet werden die offenbar so was jetzt auch alles in trocken stäpe also altäre von 33 habe ich da alles klar wird dann noch zwei auf dem einen habe ich keine karte runtergeladen leider aber nächstes machen das war not dry step und south dry step das war not dry das war not perd